Sooo, ich habe für das letzte Spiel auch wieder 26 Punkte bekommen, das heißt ich bin nach 2 Wins einem Lose bei 51 Punkten. Und dann hoffen wir doch mal, dass das jetzt so weitergeht und ich bei Gold 3 bin, hm? Also ich bekomme 13 Punkte für den Win und verliere 27. Kommt halt davon, wenn man auf Gold 5 24 Spiele in Folge verliert. Es waren, glaube ich, nur 15 oder so. Mhm, macht Sinn. Ich glaube, dann würde ich mit Bronze 5 Leute spielen. Überleg mal was für einen Hidden Eagle du hättest bei 124 oder 123 Spielen in Folge verlieren. Gute. Proxy singed. Ja, scheint mir so. Jetzt gehst du dir. Ja, dann mal ein bisschen früher machen können, aber so kriegt er noch ein bisschen was raus aus den Gegnern. Mhm. Ja. Ey, du darfst dir nicht helfen. Hast du nicht Let's Fall Game F gesehen? Stimmt, verdammt. Was? Ach so. Top und Jungle sind 5. Scheinbar. In a Splash. Aber schön, dass Vayne das auch noch extra erwähnt, aber na gut, unser Top hat keinen Ghost. Weltraum. Ja. Ewig niemals mit einer Zona zusammengespielt. Wenn ich sie selber spiele, läuft's nur noch gut, aber mit der... Bei anderen bin ich mir immer so ein bisschen unsicher, weil die so squishy ist. Das war auch Ewigkeit mein Main-Support eigentlich. Von dann Taric und Trash zu groß wurden. Und natürlich Leona. Ja. Obwohl Taric ja jetzt auch kaum noch gespielt wird, ne? Das ist richtig. Ich weiß auch nicht was da passiert ist. Vor allem nach dem Nerf haben sie ihn alle noch gespielt. Jetzt wird er Stück um Stück ersetzt durch Lulu und Nami. Ja. 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 Frash. Leona war vorher sowieso schon groß. Von der A. Nur zwei große Supporter, Leona und Taric. Ja. Kommt ihr weg? Ja, easy. Es waren nur zwei Skills, die ich dodgen musste. Ja, Lulu auch kaum noch gesehen eigentlich. Wie immer noch so ein Damage raushaut. Ja, ich glaub die kommt bald. Wenn die Nami-Phase vorbei ist. Die Nami-Phase wundert mich sowieso. Uähähähähähähähähähähäh. Good one! Flare in diesem Cut gegenseitig aber meinen ihr ist lustig. Keine Ahnung. Upsi. Das war jetzt nicht so toll. Ich würde doch eher raushüpfen sollen. Aber naja, die Sona kann mich wieder voll heilen. Na komm schon. Da sind die Creeps. Boah man, warum? Er den sich jetzt genommen hat? Ja, der war hundertprozentig tot mit meinem Dot und Ignite. Ich hab's nicht gesehen. Aber better safe than sorry. Na ja, wir haben denen vorher erzählt, dass wir nur recorden, damit die Leute besser spielen. Damit sie nicht dumm aussehen. Dass sie die ganze Zeit mit der Angst leben müssen, sich auf Youtube zu blamieren. Ja. Und scheint zu funktionieren. Geht, ne? Dadurch klaut er alle Kills. Es geht. Er hat zwei Kills bisher. Wenn er jetzt 48, äh, 0, 0 stehen würde, können wir nochmal drüber reden. Der Jace ist scheinbar nicht sonderlich gut. Auch wenn er den Skin hat, aber... Ich will mich ja pullen lassen. Oh nein! Oh, da ist auch Lee. Ich hör nicht, hör nicht. Ich hör nicht, hör nicht. Nein, ich hör nicht. Lee, bitte. Verschwinde. Ich möchte den... ...den Trash hier umnieten. Nein, jetzt überlebt er das. Nein! Boah! 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 Und sie... ...flashen hinterher. Miese! Riese! Kriege ich die Vayne platt? Kriege ich die Vayne platt? Ich weiß es nicht. Naja, ärgern kann ich so auf jeden Fall. Ich hab's auch gemerkt, wer hier der Boss ist. Zweifels. Hm. Und Tristana. Was? You gotta be kidding me. Wollte ich schon sagen. Oh, da flog die Lantern schon. Wuh, 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 wuh. Und schön. Oh, da ist ein BF drinnen. Wuh, 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 wuh. Wir hätten uns da nicht reinbeten lassen vom... ...lassen sollen vom Sinch, ey. Naja, aber das können wir doch drehen. Was heißt drehen? Wir sind ein Kill vorne. Na, stimmt. So, Sona, wir beide gehen jetzt ordentlich Leute verkloppen. Oh, wir haben einen Tower. Nice. Ja, der Ken ist fünf, äh... ...Zinged, äh, sieben. Okay. Ich frag mich nicht wie. Oh, ich... ...will das auch gar nicht wissen eigentlich. Hauptsache ich krieg meinen gefielten Sinch. Ich komme momentan durch den Vorteil, dass ich einen BF habe und sie nur einen Cutlass auch ziemlich gut die Lane dominieren. ... Den Trash kann ich gleich sogar komplett wegbursten, denk ich mal. Obwohl, ohne Ignite wird schwer. Boah, wer hätte sie jetzt Ulti? Das wäre ein Double Kill gewesen Sona wird schnell Level 6 Yes, da hat sie es Yes, da? Yes Yes, yes, yes da Ich wollte eigentlich den gar nicht so kicken, aber dann ist er geflasht Oh naja Fail what? Fail what? Fail what? Ja, Kennen sollte tot sein, ich weiß nicht wie er so entkommen will Go for it Singed Go for it Ah, sorry Stirb Ich war Warden, äh, ich war ganken Lol Ich hab nicht genug Mana, ich hab nicht genug Mana zum Jumpen Oh, gib mich weg, danke Der ist so schlecht, ne, ernsthaft Oh, ich sterb trotzdem Nicht Doch, die macht ja Jetzt hätte ich wieder Mana zum Jumpen gehabt Der ist so schlecht, ne Naja, trotzdem hat er jetzt einen Kill Oh, ich stehe jetzt wieder bei 9 zu 5 Das ist nice Und Botlane sollte jetzt eigentlich gar kein Problem mehr sein Ich hab hier an mich nichts Lerv mich nicht, Trash Ich hätte vor, auf seine Items achten sollen, ey Hat er jetzt so viel Gold, dass ich ein neues Kill kriege aus? Der hat es jetzt, äh, fertig Äh, ein Hextrain Ah, okay Okay, das hab ich die letzten Games zwar nie gemacht, aber jetzt gehen wir mal full aggressiv Revidence first, instant Hast du die Kohle schon zusammen? Ja Krass Na gut, diesmal hab ich ja einigermaßen einen vernünftigen Farm Ja Weil der Jace mich ja in Ruhe gelassen hat Nett von ihm Mhm Das sind So, Vayne hat auch wieder Health-Pots wieder raus Sind nicht alle Sinsspieler, ein bisschen Proxy Und jetzt eine gute Ulti und dann töten wir sie Na, Sona, sei nicht so ängstlich Ich burst die instant Ich mach's raus Char, wollen wir turnen? Ich komm von hinten Ich hab Ulti im Notfall auch ab Mhm Ich geb ihn nur vor meinen Dot Vor se Sicherheits Oh, ich hab daneben Oh, der hat aber schön getankt Ja Es hätte mein Ende sein können dadurch, aber ich wär glaub ich eh executed gegangen Oh, schöner Fisch Danke Muss sich tun Ja klar, sonst hätte der locker chasen können mit nem Flash und dann seiner Jumpform Der weiß Da ist ja nur Ort drin Ich dachte ich würde den Trash auch schneller umbursten, aber der ist auch schon tankier Also ich dachte, hätte ich vielleicht auch die Vayne fokussen sollen Ja, jetzt sollen sie ihn groß machen, wer ist denn da? Ähm Oh nee, Drake ist echt schon fertig? Mhm Die sind alle noch so Full-HP Na Trash, das hat sich ja gelohnt für dich Oh, das ist ein Fein, eh? Und haut einfach mal die Ulti raus Geh mal weg Oh, so, nein, jetzt lass ich ihn nicht catchen, bitte Und da geht Party mit dem Lee, hab ich gehört Mhm So, Vayne hat Ulti raus, ich hab auch Ulti raus, aber wieviel CD hat die Ulti von Vayne, weißt du es zufällig? Nein Pass auf, Trash kommt auch Mhm Wir können noch nicht kommen Ja Erst jetzt Okay, Trash ist aber noch hier Und Vayne auch Okay, da helfen können wir nicht Mhm, es geht Sind schon halt auch noch da, ne? Ja, der ist ja wieder weg, der ist ja Achso Ah, der ist kenne noch Ich hab keinen Fischi Lord Was? Oh, die stirbt wahrscheinlich noch, oder? Stirbt die noch? Ja, nein Nein Oh, wie er mich, ey, das kann doch eigentlich gar nicht sein, ich springe doch bei meinem W hoch Wie kann er mich dann grabben? Okay Und die überlebt's, weil ich meine Ja, und ich krieg meine Ulti nicht raus Mhm Weil ich durchgestunt war Die Vayne instant tot gewesen Ich weiß, ob's das jetzt so wert war Shutdown auf jeden Fall Ja, mal wählen wieder ein Kill mehr Ah, stimmt schon Na, das stimmt wirklich Und jetzt hast du ja nen Blade fertig Und jetzt hast du ja nen Blade fertig Der Fresh Hm? Der Fresh grabbed aber gut Ja, macht das nicht so übel Ich glaube, das kann ich nicht defen Nee, wie denn noch Naja So, naja Hätte ein paar mehr Ultis machen können Wenn wir ein aggressiver spielen müssen wir wahrscheinlich um die rauszuhalten Ja, vor allem wir müssen Drake gleich gucken und dann kriegen Mhm Ich bin jetzt weit hinter Jace, auch wenn ich vorher noch gleich auf war, aber ich war ja wieder die ganze Zeit nur unterwegs Mhm Zinscht wieder tot Vor allem der Jace ist wieder im Spiel, ey Mhm Jetzt wollte ich pingen und hätte fast geflasht aus Versehen Jace holen mit vier Mann Ja, cool Hinter uns Trash holen Hm Mach doch jetzt einfach Du hast doch Ulti Warte, ich meinte nicht mal Ich warte ganz auf so ne schöne Jhaven-Ulti Ich warte ganz auf so ne schöne Jhaven-Ulti Ich warte ganz auf so ne schöne Jhaven-Ulti Nicht unterm Tower Ich hab drei Assets bekommen in dem Fall mehr nicht Warum denn überhaupt diese Diver-Ulti Der hätte die ganze Zeit auch schon ran chargen können und ne schöne Lee? Äh Jhaven? Es ist so schwer einmal bis nach hinten zu laufen Ja Glaubt er nicht, ey Oh Mann, Leute Sie kriegt den Shutdown Mhhh Ja, dachte jetzt zum dritten Mal Und er ist der, der gedivet hat Ja, wohl einfach die ganze Zeit mal Schon vorher hätte Ulti machen können Für eins, zwei sichere Kiss Ja No fear Lol Ich bin durch die Wand zurückgebacken Ja, die wollen meinen Blue-Buff und ich muss hier weg Ja, die wollen meinen Blue-Buff und ich muss hier weg Wir sind zu zweit, ne, aber Ja, ja Ich hab doch den Dingssalid zu kriegen Die sind mindestens zu viert Ja, auf jeden Fall Die Vayne ist da Jhaven ist da oben wieder am fighten Ja, die sind separated, aber wir auch Du hast auf jeden Fall Ich bin der Base Ja, ich bin der Base Oder bist du noch da? Ich bin in der Base Wir holen uns jetzt den 2. Tower. Jace ist top. Wir sind also 4 gegen 4 dann gleich, wenn du da bist. Ja. Ok, Jarvan kann nicht mehr rein. Danke fürs rausmachen. Ich war gestumpt, ne? Ne, ne, Dings hat mich rausgenockt, der Lee. Achso. Und ich hab erst in 10 wieder... 1, 5, 4... Ah, zu schwer. Tower gedefft. Yeah, yeah. Mega viel AP. 300 Colt, mich irgendwo zusammenkriegen. Kip-Botlane-Farm. Ich brauch nur 140. Zinsch ist nicht mal gestorben. Mhm. Aber wenn ich meine EA nicht zusammen habe, dann können wir auf jeden Fall vernünftig fighten. Dann burst ich einfach weg. Ja. Ja. So wird das problematisch. So. Der Poke ist halt wieder mal eklig, ne? Mhm. Ja. Lass den Tower doch bitte. Ja. Geht doch. Du kannst mal was cooles machen. Ja. Ich versuch die Vayne von hier drüben. Wenn die nochmal ein Stück näher kommt. Ich kann nur Death spielen auf ne schöne Sona oder Fit-Sulti hoffen. Ich kann nur Death spielen auf ne schöne Sona oder Fit-Sulti hoffen. Ich flog mir dieser komische Nautot noch hinterher, ey. Mach was cooles, Daniel. Das war ziemlich cool. Double Ace! Ja. Ich krieg nur Assists in diesem Spiel, ey. Ja. Mit alles genommen. Ja, hätte Fresh sich nicht vor die Dings, also ich stand halt scheiße. Ich wollte Vayne mit der Ulti erwischen, Fresh hat sich halt davor geschmissen und ja, Ken stand mit der Ulti genau zwischen mir und Vayne. Da konnte ich halt nicht durch. Ja. Ja, der kennt jetzt echt einen Bruder nicht. Ich versuch nie, jetzt mal wegzukägen, aber der macht halt instant Sonyas. Ja. Aber an sich, die Teamfests können wir schon gewinnen. Ja. Wenn du es schaffst erstmal so gefiltert zu werden, du hast ja gerade auch einen Triple Kill bekommen, dass du die Vayne irgendwie instant rauslügen kannst. Ne, ich müsste nur einmal an die Vayne ran. Oh nice. Barron? Ja. Ja, kick mich auch noch zu. Yay. Da ist hin. Da ist hin. Oh lol. Yes. Ich hab die... Da ist Ken. Hm. Oh du Wichser. Mhm. Was für ein Bug meint Vayne denn. Genau. Den könnte man Tower Diven. Ja. 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 Ich hab nicht mitbekommen, dass er schon wieder da ist. Überleg mal wie lange der Fight ging. Aber ich hab einen Kill bekommen. Ich nur ein paar. Pew pew, schneller. Pew pew, schneller. Schön. Aber ich weiß nicht. Zeuglich sind Time und alles. Ich brauch auf jeden Fall einen Jail. Ja, kann man drüber nachdenken. Ja, ich bin nicht übergefeedet, wenn ich dann nochmal dazu komme. Oh mein Singed. Jetzt müssen wir... Deffen. Erstmal. Oder Barron. Barron, dass wir ihn irgendwie kriegen oder so. Ja. Ich musste in die Base. Nach dem Drake. Haben sie den einfach schon? Nein. Nein, nein. Warded. Wenn er deswegen einen holt, wäre das schon ganz nice. Boah, die waren alle so schön gestunnt, ne? Das wäre perfekt gewesen für ihn zum Smiten. Ja. Scheiße. Ich bin vorhin rein halt. Ja. Das finde ich, das war scheiße, dass du da gestorben bist. Ja. Der meint halt aber auch ernst mit dem. äh... Proxy war. Mhm. Wenigst können sie jetzt nicht allzu viel damit machen im Moment. Was haben die so nach Stunts, die alle Jarvan hätte einfach nur noch rüberhüpfen müssen und Smite drücken müssen. Ja. Und los, oder? Der soll sich nicht einmal denken, dass er nicht einen Red-Buff nimmt. Der soll sich nicht einmal denken, dass er nicht einen Red-Buff nimmt. Bane hat einen Blue. Shit, 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 shit. Noice. Fuck you! Der war zwar ein bisschen wasted, aber auch mir egal. Was macht der Sinch denn? Der Sinch hat auch Teleport dabei Kann auch zu uns kommen Schönes Ding Jetzt haben wir einen schönen Vorteil Jetzt haben wir direkt wieder zwei von denen rausgenommen Ja Lol Hier war Lee Achso, Backporten oder was? Ne, der ist an mir vorbei Zu den Dings gejumpt Zu den Vain ist Vain ist hier Ich pushe mit Nein, hier sind drei Ich versuche auf die Vain zu gehen Ich versuche raus zu gehen Das war Jetzt da Das ist wieder ein Jump Zwei Sekunden Zu spät Was hätten wir da machen sollen? Also ich habe da schon drauf geschossen Ich kann nicht an die Vain ran Alter, die war direkt hinter dir Sohne hat sie geultet Ja, in dem Moment Aber da warst du schon von gut wie tot Nein Ich habe meinen ersten Damage Ich habe meinen ersten Damage habe ich von Vain bekommen Nach dem Stun Also ich bin nur geflohen Als ich die ersten habe sterben sehen Oh lol Er fängt es halt für sie Sohne mal versuchen Ja Ja Ich bin stuck an der Wand Das war Weil ich Ken noch weg machen wollte Ja, eine dumme Idee Ja, jetzt ist es vorbei Obwohl, aber doch Nein, nicht vorbei Aber Doch, es ist vorbei Ja, die Vain carried es halt mit ihrem Platin 5 Aber die ist nicht mal unbedingt gut Die ist einfach nur unglaublich gedeckt Von ihrem Team Ja Und erkennen macht es halt wirklich Ja Ja Er hat jedes Mal Schafft es Sein Sonjas noch zu aktivieren Im Feuchten rausgekickt Krieg Ja Ja Ist unsere Schuld Auf jeden Fall Ja, definitiv Haben wir eine große Wahl Als Aggo zu gehen Ich schieße ja schon auf ihn Was soll ich machen? Einer von denen Frozen Heart Oder was? Dein Attack Speed war Auf einmal weg Ja, ja Keine Ahnung Außer das Singe Möchtest du ihn nicht Holen Nee Mensch, das ist not interested Ja, der hat uns das Spiel So ein bisschen versaut Dem Kennen so anzufügen Ja, schade Aber okay Kennen hat ordentlich Uns zerfetzt mit der Ulti Aber wir haben auch nicht So bombastisch gespielt Ja Jetzt die letzten paar Engages waren Ja, fehlinterpretationen Und schlecht abgesprochen Aber wassortz Bis morgen, Leute Ciao Tschö